hallo meine lieben heute haben wir ja den 11 dezember 2015 und ihr wisst ja ich habe von meiner lieben yvonne der bastelmami einen adventskalender bekommen und ja heute gibt es zwei päckchen und da hat sie auch wieder selbst gemacht ganz toll hier haben wir den auch wieder fotografiert wieder gemacht und ich muss euch das immer zeigen ist es ist das nicht niedlich ich bin so begeistert also da die also die hat sie sehr schön gemacht die etiketten hier dafür also da spreche ich dir ein sehr hohes großes lob aus also die idee ist der burner die finde ich toll ja gestern hatten wir mit dem angefangen das heißt heute fange ich mit dem an und zwar haben wir hier auf blätter und zwar haben wir hier ein so weißes blatt die man die sind von drucken bis oder so dann haben wir hier ein ja so fuchs ja toll haben wir hier so ein gelbes die sind tollen dankeschön oder bin ich ja und ich finde ich toll auch mal gucken was da drin ist also hier klötert nix und zwar haben wir solche pailletten reihe in ja so lila rosa und gelb ich denke mal die hat sie auch aus dem action nämlich einfach ganz stark an ich weiß es nicht aber die sind toll hat einen augen nicht muss jetzt mal gucken ob man die aufgehen kann wenn ich die benutze wisst ihr wie ich mein was fand ich sagte ja damals dass sie sie hat es ja auch aus dem action und und ihre rabbelten sich irgendwie komisch auf deswegen mal gucken mit bedacht benutzen und dankeschön ja das ist toll so was habe ich ja ich sowas habe ich nicht und eine jenki kenne ist das geil oder was leider blassen mal gucken ist das toll moment mal ach geil oh ja oh die riecht toll die riecht wirklich nach garten so cool oh da freue ich mich oh das ist cool dankeschön ja meine lieben das war jetzt der elfte und wir sehen uns am zwölften wieder bis dann tschüssi so亲 die riecht toll her we lift die riecht geral fort ein